ich habe mir gerade die lippe aufgebissen leider ist es draußen schon hell nein es ist draußen noch nicht hell schön und selbst wenn ich habe den rollladen eh unten heißt das tagslicht versorgt mir diesmal nicht den green screen effekt ist denke ich ganz toll so hier ist noch stein da vorne anscheinend irgendwie übersehen so ja schön dass das spiel ist in der beta ist und sich in unserem display rein absolut gar nichts ändert und wir immer noch nur den gleichen blödsinn machen nein wo jetzt könnt ihr mich aber mal spiel ich trafte mir jetzt dafür keine neue schaufel das schwöre ich euch meine güte war zu meiner andere frage zwölf und dann ist das hier guck mal ich kann mich von hinten ansehen dann ist das jetzt screenshot oder f2 wir werden es dann sehen also ich werde es dann sehen wenn ich ins screenshot ordner schaue naja tatsache so kann ich dann die koordinaten besser einbinden aber warte ich musste zum sterben erstmal also dafür um den spawnpunkt zu finden doch erstmal einen kompass machen ich glaube man sieht gerade eine wolke durch den berg hm das inventar ist auch schon schön warte ich habe ein bisschen er dabei ich habe steine dabei und ich habe kies dabei ihr wisst doch jetzt alle was ich jetzt mache oder warte machen jetzt den weg zur burg nach oben fertig ich warte oh gott jetzt wird es auch noch nacht jetzt habt ihr kein leder die baby nahe an der warte das gleiche ich denke das wäre recht schön um das so machen habe ich verkannte ja ich habe tatsächlich sogar vorhanden dabei so hier unten alles solide ausfüllen also hier kommt der durchgang ja rein und fußmesser eigentlich zu übernachten also wenn hier so dass das durchgangs tal ist ja gut dann werde ich auf den hügel nicht mehr aufkommen damit er ganz verschwinden ich glaube ich könnte trotzdem irgendwie versuchen mit einer brücke das ganze zu machen und würde vermutlich auch besser aussehen ist wenn ich jetzt hier so eine kurve straße runter linge jawohl machen wir das einfach mal so dann würde ich mich halt jetzt an meiner stadt fragen warum ich dich hier nicht nicht gleich untergegangen aber häp 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 so und zackt so dann ist das gar nicht mehr so schlau dann ist das gar nicht mehr so schlau wie kann ich dann noch kann ich dann uns rüber gehen tatsächlich so keine sorge ich sehe sowieso auch nichts als jetzt nicht zwingend an der nacht liegt sondern auch an der tatsache dass der und nicht ausgeleuchtet ist also da ist jetzt mal eine fackel damit erkennt was ich gerade mache jetzt wisst ihr auch warum ich auch hier schon beschlossener meine wege mit steinstuhl oder sonst da zu bauen so weil es einfach uhr mäßig praktisch ist wenn du hier einfach hochlaufen kannst hier kann ich ja noch gleich schon abkürzen das ist gar nicht nur so verkehrt wäre es auch zu tun heidewitzger der kam jetzt sehr überraschend so ich habe gar keine schrauben werden eine sehr interessantes aus steinstuben also aus diesen stuben hier das zeug nicht hoch kommt so so ich finde als aufkommen tut es das hier sehr schön natürlich werden wir dann hier wahrscheinlich also ich das ganze eh noch mal wieder komplett auf den haufen stellen und das haupt eingangs tor weiter runter legen weil sie noch mal eine kleine mauer drüber ziehen damit dann der eingang auch tatsächlich ebenerdig zum ganzen anderen müde ist eigentlich ist die rampe hier immer noch ziemlich steil wenn man das mal so sieht hier ist der schoenteil ne so Hallo Kuh, du bist im Weg. Danke. Ähm. Ich erinnere mich so von Metal D. Gerade so ein bisschen an Knocking on Hammonds Door. Irgendwie. Warum, weiß ich nicht. So. Mal, was wirklich der Fan ist, aber sagen, so sah ja wirklich meine Straßen aus. Und die haben sich bis heute eigentlich kaum geändert. Also erstmal, wenn ich Wege baue, sehen die fast immer so aus. Also das Material hat sich halt wirklich nie wirklich verändert. Das waren tatsächlich immer diese Steinstufen hier. Was ich hier für als sehr passend erachtet habe. Oh Gott, jetzt wird's ja mal richtig hell hier. Jetzt haben wir auch keine Spitze mehr, ne? Ja, gut passiert. Jetzt können wir wenigstens mal anständig hochlaufen. in die Burg. Vielleicht hier mal den Fackel aufstellen. Oh, das Zeug ist ja auch schon wieder gewachsen. So. So. Dann mal den Kompass holen. Oh Gott, hier muss ich auch nur noch weiter bauen, ne? Oh Gott, das habe ich auch total vergessen. Ich habe ja noch eine Kirche zu bauen.